Um den Titan-Pikachu zu besiegen, braucht ihr im Team nicht nur Angreifer, sondern mit Supportern würde es viel entspannter gehen. Auch zum Beispiel, wenn wir hier jeden Samstag um 18 Uhr im Livestream sind. Ihr bekommt es immer mit, wenn ein bis zwei Supporter im Team sind, macht man im Regelfall gefühlt mehr Damage, als wenn man nur mit Damage-Hitern spielt. Plus, es wird meistens entspannter, weil weniger Schaden rumkommt. Und in diesem Video möchte ich euch gerne die besten Supporter zeigen und wie man sie spielen würde. Ich finde, einen der coolsten Supporter, weil ich mag generell das Pokémon, ist Fully Purba. Hier würde man es mit dem Heißbrocken spielen als Item. Terror-Typ ist eigentlich hier egal, weil wir spielen es rein als Support. Hier gibt es jetzt zwei Sachen, die man anpassen kann noch zusätzlich. Also erstmal Move-Set-mäßig spielen wir Sonnentag, ganz wichtig. Damit bringt man im Endeffekt den Regentanz von Pikachu weg und dann würde er keinen Surfer main setzen. Und wenn Regentanz weg ist, trifft auch Donner nicht immer. Also auch eine sehr gute Kombi für beide Sachen auf jeden Fall. Rechte Hand haben wir dabei, um unseren Teammate zu pushen. Ob es jetzt ein Ogapon ist, ob es ein Mantidea ist, ob es ein Serpi-Royal ist oder auch was ganz anderes. Und im Endeffekt Synthese, einfach um uns hoch zu heilen, weil wir ja keinen Angriff in diesem Move-Set haben. Und durch Sonnentag tut uns Synthese ja richtig gut hochheilen und wir haben eigentlich kein Problem, was Damage angeht. Ihr wundert euch, warum hier in Druckträne drin ist, weil Pikachu hat das Schild ja draußen und Druckträne würde keinen Sinn machen auf Pikachu. Ja, Druckträne ist auch nicht für Pikachu gedacht, sondern das Druckträne ist für Mantidea oder Serpi-Royal gedacht. Denn beide Pokémon haben Umkehrungen. Das heißt, wenn ihr Druckträne von Fully Purba auf Mantidea mit Umkehrungen spielt, senkt sich nicht der Spezialangriff um zwei Stufen, sondern er steigt um zwei Stufen. Das heißt, im Endeffekt kann sich Mantidea dann komplett auf Gigasauger zum Beispiel konzentrieren und muss am Anfang nicht auf Blättersturm zum Beispiel gehen. Und kann sich komplett darauf konzentrieren, also nicht sie plus zwei gehen zu müssen über Blättersturm. Was auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Puls. Oder man sagt so, weil man spielt mit Mantidea in der ersten Runde Blättersturm und wenn ein Fully Purba dabei ist und macht eine Trugträne, ist Mantidea halt nach der ersten Runde schon plus vier. Bei zwei Fully Purba sogar plus sechs nach der ersten Runde und dann direkt zum Start Max Damage machen zu können. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Kombi. Hier ist jetzt so, ich würde die Fähigkeit Chlorophyll kann man benutzen, weil damit seid ihr schneller, weil Sonnenschein draußen ist, als Pikachu. Flora Schild, die zweite Fähigkeit, die man haben könnte, würde euch halt vor Paralyse schützen, falls euch das irgendwie auf den Sack gehen soll, dass ihr paralysiert wird. Nurfalls kann man aber auch, wenn man die Para abbekommt als Supporter, einfach eine Spieleheilung zünden, dann ist Para ja auch weg. Also ich habe mit Chlorophyll genommen, weil ich wollte einfach gerne schneller sein. Bei den EVs, ich habe das Fully Purba so vorbereitet auf KP und auf Verteidigung mit einem Verteidigungswesen. Ich habe jetzt einen Run gehabt, da war es so, dass ich einfach nur Donner abbekommen habe und ich hatte einen Run, da habe ich nur Eisenschwerf abbekommen. Wenn man, ich sage jetzt mal, merkt, dass man öfter Donner abbekommt, dann würde ich das Wesen wechseln und würde von einem Verteidigungswesen auf ein Wesen gehen, was die Spezialverteidigung pusht. Also da würde ich sagen, wechselt man einfach das Wesen, wir gehen hier mal ganz kurz hin, wir haben dadurch ein, wo haben wir es? Hier, ich würde einfach jetzt hingehen und würde zum Beispiel die Sachtminze nehmen, ist eigentlich vollkommen egal, die greift ja eh nicht mit dem Fully Purba an. Und dann würde man eine, sagen wir mal, grundsolide Spezialverteidigung haben und eine sehr, sehr gute Verteidigung für Eisenabwehr. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kombi, ihr haltet, äh, für Eisenschweiß, sorry, ihr haltet auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ihr habt ja währenddessen noch Gameplay gesehen. Das zweite Pokémon, was als Supporter wirklich sehr stark ist, ist Olythena. Hier auch mit dem Item Heißbrocken, weil dadurch halt Sonntag länger hält, das ist schon mal nebenbei der Begründung. Hier ist es so, dass wir hier Sonnentag drin haben, genau wie bei Fully Purba, einfach um Regenhand wegzubekommen. Wir haben hier rechte Hand erstmal drin, auch als Push. Und wir haben Reflektor drin, dass wir durch Attacken wie Eisenschweif und so weniger Damage bekommen und Synthese auch, um uns hochzuhalten. Was noch bei Olythena als Bonus dazu kommt, dass wir Streusaat als Fähigkeit haben. Jedes Mal, wenn wir einen Angriff abbekommen, erzeugen wir Grasfeld. Grasfeld pusht unseren Pflanzenangriff, was wiederum Mantidea oder halt auch andere Angreifer pusht. Das heißt, wir haben mit Olythena einen zusätzlichen Grasfeld-Push. Hier habe ich die EVs auch auf KP und Verteidigung mit einem Verteidigungswesen. Auch hier könntet ihr ein Spezialverteidigungswesen reinhauen. Aber ihr seht, Olythena hat schon eine sehr, sehr gute Defense und auch eine sehr gute Spezialverteidigung und hält dementsprechend wirklich sehr, sehr gut aus. Gerade in Kombination, wie gesagt, für Mantidea oder Serpi Royal passen diese beiden richtig gut. Aber auch zum Beispiel Schlapfel. Ja, Schlapfel hat den Drachentyp mit dabei. Das heißt, ihr werdet euch knuttlein, weil ein wenig Schaden bekommen. Habt ihr aber zum Beispiel ein Olythena im Team, was mit Reflektor startet oder selber sogar bei eurem Schlapfel ein Reflektor dabei, habt ihr kein Problem. Oder ihr spielt einfach Eisenabwehr, weil ihr bekommt erstmal nur Knudler im größten Teil ab und könnt euch einfach mit Eisenabwehr auch schützen. Und da ja unsere Werte ja nie resettet. Heißt, ihr habt gar kein Problem, spielt einfach einmal Eisenabwehr. Da passiert euch eigentlich nichts. Der Vorteil, warum ich auch Schlapfel als Supporter betrachten würde, also man kann ja auch gut Damage machen, by the way, aber ist Apfelsäure. Denn Apfelsäure senkt die Spezialverteidigung jedes Mal, wenn ihr angreift. Und dadurch macht dann zum Beispiel ein Serpi Royal oder auch ein Mantidea oder andere Spezialangreifer mehr Damage, weil ihr senkt ja beim Angreifen die Spezialverteidigung. Ihr habt nebenbei noch Reflektor und halt auch noch Gigasauger für eure Heilung. E-Vs habe ich hier auf Spezialangriff und Verteidigung mit einem mäßigen Wesen, weil wir sind ein sehr guter Angreifer. 328 Spezialangriffe ist gar nicht so wenig, auf jeden Fall mehr als Mantidea. Also es ist nicht verkehrt. Dazu auch Surlord, ja, Surlord ist auch ein sehr guter Support, weil wir haben hier nämlich zwei Möglichkeiten. Erstens haben wir den Bodentypen. Ich würde hier nicht Terran zum Beispiel. Könnt ihr aber rein durch auch Boden machen, dann müsst ihr aber Boden machen. Durch den Bodentypen seid ihr immun gegen Elektroattacken und durch seine Fähigkeit H2O-Absauber seid ihr immun gegen Wasserattacken. Das heißt, Pikachu kann nur Knuddler oder Eisenschweif gegen euch einsetzen oder theoretisch, nee, mehr kann er nicht. Das war's, nur die beiden Attacken. So, hier haben wir Säurespeyer, kennt ihr ja, Angriff, was die Spezialverteidigung senkt. Pusht wiederum alle anderen Spezialangreifer. Rechte Hand als Support für zum Beispiel Mantidea oder alle Angreifer. Auch Ogapon geht da. Genesung für die Heilung. Und Lehmschelle kann man noch einsetzen, falls er minus 6 ist und ihr habt gerade nichts zu tun. Dann könnt ihr noch ein bisschen die Genauigkeit senken, was auf jeden Fall auch einen sehr guten Vorteil hat. Hier habe ich meinen einfach auf Spezialangriff und KP, weil es bei normalen Surlord ist, hat auch vollkommen ausgereicht. Ihr könntet aber rein theoretisch auch Spezialangriff und Verteidigung machen. Oder KP und Verteidigung machen würde auch gehen. Weil gerade, weil ihr ja nur physisch angegriffen werdet, könntet ihr theoretisch gesagt auch ein Verteidigungswesen draufpacken. Das würde mit Surlord auch sehr gut funktionieren. Ja, also die oberen 5 harmonieren sehr gut zusammen da sind. Oder generell auch Serpi Royal ist jetzt hier nicht dabei. Oder andere spezielle Pflanzangreifer würden hier auch gepusht werden. Der einzige, der so ein bisschen außen vor bleibt, wäre Ogapon. Aber auch Ogapon funktioniert, zum Beispiel halt mit Olithena. Grasfeld plus rechte Hand ist halt auch einfach bei einem Ogapon ein Push. Deswegen, also man kann diese hier alle im Team spielen. Und dadurch wird der Kampf einfach wesentlich leicht. Leute, probiert es mal aus im Team zu spielen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Welcher ist euer Lieblings-Support? Für mich in dem Setup eigentlich vor die Purva. Fall ist er hier am Samstag mit dem Stream. Würde mich freuen. Soll ich auf.